Tja, Arkaev gibt da den Schweden Tipps und erklärt vielleicht auch, warum es nicht geklappt hat mit einer besseren Wertung. Arkaev ist an vielen Finals dabei, aber er muss jetzt doch ein bisschen federn lassen. Ein Chukahara. Für ihn natürlich auch eine ganz neue Situation. Die Art, viele Wettkämpfe bestreiten zu müssen, ganz kompakt, innerhalb weniger Tage geht das. Aber danach ist erstmal Ruhe, Konzentration auf die Weltmeisterschaften, die Mitte November in Dortmund stattfinden, die Mannschaftsweltmeisterschaften. Und da wird es ja richtig spannend, ganz bestimmt. Ukraine, Russland, Weißrussland, die deutsche Mannschaft, China, Japan wird dabei sein, die Amerikaner. Da freuen wir uns drauf, auf diesen Termin. Tja, der war um Welten besser, der zweite Chukahara von ihm. Doppelschraube. Aber ob er damit den ersten Durchgang ausgleichen kann, das ist doch sehr die Frage bei Yevgeny Shabayev. Aber der ist auch noch jung, 20 Jahre. Ja, das ist auch schön, dass wir das mal sehen. Die Turner, die sich da auch immer wieder miteinander beglückwünschen für die Leistung. Ralf Büchner kühlt den ledierten linken Fuß. Shabayev, 9, 4, 2, 5. Damit ist er im Moment vierter. Doppelschraube. Bremst du nicht mehr, denn sie sind im Moment vierter. Ich habe eine Angelegenheit. Ich komme aus dem Tod. Vielen Dank.